Der Polizei Berlin gingen derzeit keine, überhaupt keine Erkenntnisse vor, dass es an der Polizeiakademie zu einer Massenschlägerei, wie behauptet, zwischen arabischen und türkischen Polizeischülern gekommen ist. Wir nehmen dies sehr ernst. Solche Falschmeldungen richten großen Schaden an und vor uns sicher. Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, die Urheber auch ausfindig zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020